Hallo, dies ist Teil 6 von 10 von meiner Buchlesungsreihe. Ich lese dir heute aus meinem Buch Mach dein Business hörbar vor und du erfährst, wie du die Erfolgsqualität beim Podcast bestimmst. Wenn dich Themen wie diese interessieren, dann abonniere jetzt kostenfrei meinen Podcast. Podcast Marketing wirkt in deiner Lieblings-Podcast-App oder unter www.podcastliebe.net slash unser-podcast, damit du keine neuen Episoden verpasst. Herzlichen Dank! Ich bin Hannah Steingreber, Gründerin und Inhaberin der Podcast Agentur Podcast Liebe und du hörst meinen Podcast Podcast Marketing wirkt. Als Podcast Agentur für B2B-Unternehmen wollen wir erreichen, dass alle Firmen im deutschsprachigen Raum auf ethisches Marketing setzen, in dem sie ihre Traumkundschaft über den eigenen Podcast erreichen. Mehr dazu gibt es unter www.podcastliebe.net und natürlich in diesem Podcast. Wenn du dein Business über deinen eigenen Podcast hörbar machen möchtest, dann lass dich von uns professionell unterstützen. Egal ob Podcast-Beratung, Produktion oder Vermarktung, wir sind auf jeden Fall für dich da. Buche jetzt ein kostenfreies Kennenlerngespräch via Zoom unter www.podcastliebe.net slash Kennenlerngespräch und den Link zum kostenfreien Kennenlerngespräch findest du in den Shownotes. Wir sind schon auf der Hälfte der Buchlesungsreihe angekommen. Also richtig, richtig cool, dass du noch dabei bist oder vielleicht schaltest du auch quer rein. Also diese Lesungsreihe muss man sich auch nicht von vorne bis hinten anhören, wobei ich das natürlich empfehle. Aber auf der anderen Seite kann man sich auch ausgewählte Themen einfach gerne anhören, die du hier findest. Ansonsten weise ich vielleicht gerne mal darauf hin, ich habe auf YouTube eine Playlist erstellt, in der du auch diese Buchlesungsreihe komplett von vorne bis hinten durchhören kannst. Und im Titel sind die ja auch durchnummeriert. Das heißt, im Podcast findest du dich auch zurecht, denn es gibt ja zehn Teile von der Lesungsreihe aus meinem Buch. Ich bin auch schon ready. Mein Buch ist ready. Und von daher würde ich sagen, wir starten gleich vielleicht ein paar Punkte vorab, falls du jetzt mein Buch noch nicht kennst. Ich habe das Buch geschrieben für UnternehmerInnen. die gerne einen Podcast starten möchten und natürlich verschiedene Fragen am Anfang haben. Erstmal die Frage, ist ein Podcast überhaupt das Richtige für meine Firma? Wann sollte ich am besten den Podcast starten? Welche Vorüberlegungen sollte ich alle durchgehend beachten? Welchen Erfolg kann mir überhaupt der Podcast bieten? Und was kostet es überhaupt, so einen Podcast zu starten, zu produzieren, aufzubauen und so weiter? Damit ihr da informiert reingeht als UnternehmerInnen, das ist mir immer ganz wichtig, habe ich eben, wie gesagt, dieses Buch geschrieben. Und ich freue mich natürlich, wenn du dir das Buch kaufen magst, um das zu lesen, damit du einfach wirklich informiert und selbstbewusst deinen Podcast starten kannst. Ich habe dir mal den Link zum Buch in die Shownotes gepackt. Du findest Infos zum Buch und kannst es dann auch gerne dort kaufen über oder unter podcastliebe.net slash mach-dein-business-hörbar mit OE. Und ich würde sagen, weil es eine Buchlesung ist, fangen wir gleich an. Und ich werde heute zum Thema Erfolgsqualität im Podcast lesen. Welche Erfolgsaussichten bietet dir dein eigener Podcast überhaupt und gibt es eine Erfolgsgarantie? Der Erfolg mit deinem Podcast hängt maßgeblich von deinem Einsatz ab. Es ist sehr individuell, ab wann sich der Durchbruch einstellt. Daher sind deine vorab definierten Intentionen und Ziele mit deinem Podcast-Kanal sehr wichtig. Ein Podcast liefert dir keinen Erfolg über Nacht. Das ist nur ein Mythos. Steckst du 10.000 Euro in eine Werbeanzeige auf LinkedIn, so erhältst du in kurzer Zeit die Leads. Hinter diesen Leads verbirgt sich potenzielle Kundschaft, die deine Werbeanzeige, nur das und nicht mehr, von dir gesehen hat. Hörst du auf, regelmäßig Geld in die Anzeige zu stecken, bleiben die Leads abrupt weg. Im Gegensatz zur Werbeanzeige wirken beim Podcast auch die alten Episoden nachhaltig. Einmal gesendet, sind die Folgen immer abrufbar und verpuffen nicht einfach. Mit deinem Podcast baust du dir organisch und langfristig eine Community aus Menschen auf, die deiner Zielgruppe entsprechen, dich wirklich kennenlernen und folgerechtig als sehr hochqualifizierte Leads eingestuft werden. Diese Leads sind warm und kaufbereiter. Die Wertigkeit zeigt sich sehr gut im Erstgespräch auch mit meinen Kontakten. In meinen Kennenlerngesprächen mit potenzieller Kundschaft erlebe ich immer wieder, wie gut informiert die Personen in den Videotermin kommen. Oft sagen sie selbst, dass sie mich schon aus meinem Podcast kennen und mögen. Im Gespräch wollen sie dann nur noch erfahren, welches Angebot wir haben, was es kostet und wie wir die Zusammenarbeit starten können. Mein Podcast nimmt mir an dieser Stelle einiges an Einwandbehandlung und Arbeit ab. Gewisserweise fast mein bester Mitarbeiter. Muss auch ein bisschen aufpassen. Aber einer der besten Mitarbeitenden im Unternehmen ist wirklich dein Podcast. Der ist 24-7 unterwegs. Das werden wir auch noch sehen. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr essentielle Stelle im Buch über dieses Thema Erfolg mit dem Podcast. Denn du solltest den Podcast, finde ich, im B2B-Bereich oder im B2C-Bereich auch also für dein Business nur machen, wenn du auch weißt, dass du damit einen Erfolg wirklich dir schaffen kannst. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Ist ja irgendwie auch logisch. Und wichtig ist da mir auch nochmal wirklich zu sagen, es ist ein Mythos, dass man über Nacht erfolgreich wird mit irgendeinem Podcast. Vielleicht siehst du irgendwelche tollen Social-Media-Beiträge von jemandem, der einen Podcast gestartet hat und sagt, ey, super, mein Podcast, ich habe ihn gestartet, er war so voll erfolgreich. Das sieht dann in so einem Post immer so aus, als ob das ganz schnell ging. Aber hinter den Kulissen, glaub mir, passiert einiges, damit so ein Podcast losgehen kann und damit er auch erfolgreich ist. Das Schöne ist, du kannst selber beeinflussen, wie schnell dein Podcast erfolgreich wird. Nehmen wir allein mal die Veröffentlichungsfrequenz. Ob du jetzt sagst, du willst monatlich einmal mit einer Folge rausgehen, zweiwöchentlich, wöchentlich oder gar drei Folgen in der Woche raushauen. Das macht natürlich schon mal einen Unterschied. Mit drei Folgen in der Woche bist du viel präsenter, als wenn es nur alle 14 Tage was von dir zu hören gibt. Also da kannst du natürlich einen ganz guten Speed schon mal einstellen. Das ist nur ein kleiner Punkt, ein kleiner wichtiger Punkt. Aber ich will dir damit nur zeigen, es ist einfach auch sehr individuell, wie viel Einsatz du einfach bereit bist, zu bringen, bringen kannst. Und davon ist natürlich maßgeblich auch der Erfolg abhängig. Und ich schreibe es ja auch im Buch. Es ist ganz wichtig, dass du den Erfolg von deinem Podcast auch immer rückblickend nochmal siehst und diesen Content, den du da schon kreiert hast, auch wirklich weiterhin noch nutzt. Weil nur weil eine Folge alt ist, meinetwegen ein Jahr alt oder auch von letzter Woche oder so, heißt es nicht, dass du sie nicht nochmal weiter vermarkten kannst. Zum Podcast gehört auch immer ein gutes Marketing-System. Man muss es immer gut vermarkten. Und nicht nur die neuen Folgen. Die sind vielleicht ein bisschen heißer, wenn man sagt, das hat noch keiner gehört. Das ist der neue heiße Scheiß, auf Deutsch gesagt. Aber gerade so im Unternehmensbereich haben wir sehr viel Evergreen-Content. Das heißt, was du vor Monaten oder gar ein, zwei, drei Jahren mal erzählt hast, hilft meistens deiner Zielgruppe noch gut weiter. Und du kannst das in dein Marketing-Mix mit einbinden. Von daher würde ich das auf jeden Fall auch machen an deiner Stelle. Und das beschreibt ja auch nochmal so schön, wie schön dein Podcast im Grunde genommen als bester Vertriebsmitarbeiter 24-7 im Einsatz ist, weil dein Podcast immer überall verfügbar ist und er wirklich gehört werden kann, während du weiterhin dein Unternehmen auf- und ausbaust, während du an anderen Dingen arbeitest, während du Urlaub machst. Hören sich Leute deinen Podcast an, lernen dich und dein Unternehmen kennen und wollen dann mit dir zusammenarbeiten. Also das funktioniert im Grunde genommen gefühlt dann echt ganz gut nebenbei. Podigy ist der Podcast-Hosting-Anbieter im deutschsprachigen Raum mit Serverstandort in Deutschland sowie schnellem und kompetentem Support. Nutze bei Buchung als Neukundin unseren exklusiven Gutscheincode podcastliebe-10-off und erhalte 10% auf den Abonnementpreis. Podcastliebe-10-off schreibt sich folgendermaßen Podcastliebe alles zusammengeschrieben und mit großem P Minuszeichen 1 0 als Ziffern Minuszeichen off wie Otto Friedrich Friedrich und diesen Gutscheincode podcastliebe-10-off und die zugehörigen Bedingungen findest du in den Shownotes. Herzlichen Dank! Jetzt habe ich ja auch ein bisschen mal aufgedröselt, so LinkedIn Werbeanzeige versus Podcast und LinkedIn Werbeanzeige ist nur ein Beispiel. Du kannst auch Werbeanzeigen woanders schalten, auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo. Ich wollte nur mal klar machen, was das für ein Unterschied ist, denn du kennst das auch, dir wurden sicher schon mal Werbeanzeigen angezeigt oder du hast selber welche geschaltet. Das ist ein ganz anderes Marketingmittel. Das darf man einfach nicht verwechseln mit einem Podcast, denn die Leads dir bei rauspurzeln, wenn man so eine Werbeanzeige schaltet in sozialen Medien, das sind sehr, ja sind Leads, die dich noch nicht so richtig kennen. Die tragen sich mal ein nebenbei, die wissen aber nicht wirklich von dir so viel und von deinem Unternehmen nicht so viel. Das heißt, du fängst echt ganz unten an, um die wärmer zu kriegen, um dann auch verkaufen zu können. Das heißt, diesen ganzen Weg hast du da eigentlich noch so gut fühlt vor dir. Du kriegst schnell die Leads raus, du hast schnell Kontakte, die du dann kontaktieren kannst. Aber was eben fehlt, ist, dass die Leute, die sich eintragen, wirklich schon ein Gefühl haben, dass sie mit dir auf Augenhöhe sind, dass sie dich sympathisch finden. Gerade im Coaching-Bereich ist es sehr wichtig, da würde man sich ja nicht jemanden aussuchen, mit dem man zusammenarbeitet, wenn man sich menschlich nicht gut versteht, wenn die Werte nicht passen, dann würde man sich jemand anders suchen. Das ist ja ganz logisch. Und im Podcast strahlst du mit deiner Persönlichkeit, durch deine Stimme allein, durch deine Storys, die du erzählst. Du machst dich also extrem nahbar dadurch als Mensch und als jemand, der für jemand anders da draußen ein Problem löst, weil das ist das, was Unternehmen machen. Und das Schöne ist, es gibt ja auch mittlerweile, also mittlerweile ist gut, es gibt eine Studie, die schon ziemlich alt ist für Podcast-Verhältnisse, ziemlich alt, von vor einigen Jahren. Ich kann die gerne nochmal teilen in den Shownotes für dich zum Nachgucken, dass Podcasts auch nicht als nervige Werbung wahrgenommen werden. Beziehungsweise, wenn es einen kurzen Werbeeinspieler gibt, dann sagen sich die Leute, das passt schon, akzeptieren wir. Also die Werbeakzeptanz so im Podcast ist sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, wie das bei LinkedIn und Social Media und so weiter ist, aber für gewöhnlich werden da wahrscheinlich so die Werbeanzeigen auch ein bisschen als nervig empfunden, weil sie halt auf so ein paar Parameter targetieren, aber eigentlich ja nicht unbedingt wirklich auf einen passen eventuell. Genau. Also, lasst uns nochmal zusammenfassen. Ich schieße wieder zu meinem Buch runter. Ich werde gleich noch ein bisschen weiterlesen in neuen Folgen. Die Erfolgsqualität im Podcast. Also wir haben jetzt gelernt, dass die Zielgruppe dich als Mensch kennenlernt im Podcast und dass das eben sehr, sehr wertvoll ist, weil sie dadurch dann zu dir als Person wirklich Vertrauen aufbauen kann und das können alle in ihrem Tempo machen. Manche müssen 50 Folgen hören, andere hören drei, vier Folgen und buchen dann ein Kennenlerngespräch bei dir. Das ist verschieden, aber die Leute können sich, also deine Hörerschaft kann sich praktisch austoben in deinem Podcast und kommt dann zu dir, wenn es für sie passt. Dein Podcast ist für dich 24-7 wirklich im Einsatz. Das heißt, was ich auch noch sagen kann, ich sehe in den Statistiken bei Podcasts, die wir produzieren bei Podcastliebe richtig oft, dass so die alten Folgen richtig gute Aufrufzahlen auch haben. Interessanterweise, weil die offenbar noch wichtig sind, relevant sind für die Zielgruppe. Und wenn man es strategisch gescheit aufbaut mit einem Podcast-Profi, dann weiß man ja auch, was man vielleicht so in den ersten Episoden auch fallen lassen sollte, dass die noch wirklich eine Relevanz auch haben nachher. Aber grundsätzlich versickern die nicht sonst irgendwo, sondern die werden wirklich noch aufgerufen, angehört und haben eine Relevanz, auch wenn die schon zwei, drei, vier Jahre alt sind. Kannst du ja gerne mal in deiner Statistik gucken, ob das bei deinem Podcast, wenn du schon einen hast, auch der Fall ist. Aber sonst lass mir von dir gesagt sein, ich würde da wirklich ein gutes Augenmerk drauf legen auf die ersten Episoden auch. Genau. Und wir haben natürlich auch gemerkt, so ein Podcast-Erfolg, der dauert länger als eine Werbeanzeige. Bei einer Werbeanzeige kriegst du ganz schnell die Leads. Bei einem Podcast dauert das etwas länger. Aber du kannst es dir vorstellen wie, ja, wie so eine Stadt eigentlich, die man aufbaut, wo erst mal nichts ist. Da setzt man erst mal eine Kirche hin, einen Marktplatz, dann vielleicht irgendwie das Rathaus, dann gibt es einen Einkaufsladen. Das wird alles so nach und nach gebaut. Eine Schule, einen Kindergarten, dann gibt es irgendwann noch ein Geschäft, in dem man Mobiltelefone kaufen kann oder so. Und eine Eislaufbahn vielleicht, ja. Also, so eine Stadt wächst ja auch, wird nicht an einem Tag erbaut, das dauert alles ein bisschen. Und dann ist so eine Stadt wirklich so ein Kosmos, in dem sich die Leute wohlfühlen, die da leben. Und die müssen gar nicht dort weg, weil sie dort alles haben. Und so ist dein Podcast in gewisser Weise auch. Mit jeder Folge baust du deinen Podcast weiter und machst sie natürlich attraktiver für deine Zielgruppe. So kannst du dir das im Grunde genommen vorstellen. Genau. Und natürlich werden auch alte Inhalte sind auch relevant. Also die Leute in der Stadt gehen ja auch öfter mal zum Bäcker oder müssen auch öfter in die Schule oder gehen nicht nur einmal Sonntags in die Kirche, sondern halt öfter. Genau. Also so kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ehrlich, ethisch und erfolgreich. Abonniere den Business Booster, unsere Newsletter für deine regelmäßigen Podcasting-Inspirationen. Trage dich jetzt unverbindlich ein unter www.podcastliebe.net slash Newsletter. Ja, ich hoffe, dass dir das einen guten Einblick gegeben hat, dass du mehr verstehst, was es so mit dem Podcast Erfolg auf sich hat, weil es da, glaube ich, auch super viele so Halbwahrheiten und Mythen gibt, natürlich, wie das immer der Fall ist. Ich werde jetzt gleich die nächste Folge aufnehmen. Ich habe das Buch schon bereit und in der Folge geht es dann um das Thema Outsourcen versus Selbermachen beim Podcast. Auch sehr spannend. Hör da gerne rein und ansonsten freue ich mich total, dass du heute dabei warst. Wir hören uns und vergiss nicht, mach dein Business hörbar. Deine Hannah